Die Regionalliga Westen, alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land reisen. Und dann ist alles bereit für eine von vier Partien und wir gehen rein. Rot-Weiß Oberhausen in Rot von links nach rechts. SC Wiedenbrück in Dunkelblau von rechts nach links. Und mit Trainer Daniel Brinkmann sieht es sogar noch besser aus. Der hat nur ein einziges Spiel gegen RWO verloren. Stoppelkamp mit seinem patentierten Dribbling und der erste Abschluss landet im Kasten. Moritz Stoppelkamp unnachahmlich zum 1 zu 0. Da gibst du dem All mal ein bisschen Platz und er kann sich den Ball auf dem rechten Fuß zurechtlegen. Visiert die lange Ecke an und zack, schon bist du in Führung. Genau dafür wurde er geholt, genau dafür wird er geschätzt und genau dafür ist er einer der gefährlichsten Spieler in der Regionalliga Westen. Bisschen zu zögerlich, gut den ersten ausgetanzt und dann sieht er, dass Keeper Hölscher da ein tickt so weit, wo im Kasten steht. Und dann kannst du da nicht viel machen. Der senkt sich perfekt in die lange Ecke und schon steht es 1 zu 0. Und dann kommt auch auf den Fünfer und Abschlussgelegenheit am ersten Pfosten. Wieder geblockt. Tim Stappmann springt dann die Bresche. Jetzt kam schon die nächste Flanke während der Wiederholung reingeflogen. Und jetzt die Kontergelegenheit für RWO. Zwar in Unterzahl, Ball kommt aber trotzdem in den Strafraum. Marcel Ölscher ist zur Stelle. Da sind es nach heute sogar noch drei Spiele. Guter Pass jetzt mal in die Tiefe. Und Wiedenbrück mit der Chance vielleicht zum Abschluss zu kommen. Kapitän und der Ausgleich. Zabbert Kapitän. Nimmt Maas. Gut eingesetzt. Mit sehr viel Übersicht von außen da. Und dann ist es doch nur ein tiefer Pass hinter die Abwehrkette. Der reicht, um RWO da komplett aus dem Konzept zu bringen. Kerkemeyer nimmt den Haken hier. Dann geht der Ball perfekt in den Rückraum. Und da kommt Kapitän angelaufen und mit einem Kontakt perfekt unter den Querbalken gesetzt. Keine Chance für Keeper Robin Benz da. Und nachdem ich dann noch die Konzentration und die Abstimmung gelobt habe, zeigt mir hier Marcel Ölscher, dass der ein oder andere dann vielleicht doch nicht so 100% im Spiel ist. Nächstes Foul. Wir pfiffen hier. Kuriose Situation. Der Ball tippt auf. Hölscher macht einen Schritt nach vorne. Und dann bringt er sich fast selbst um den Punkt, den Kapitän da vorhin erarbeitet hat. Natürlich suchen sie. Kotröl ist Equem. Der Ball aber zu flach. Sechser. Und Hölscher. Mit ein paar Problemen. Nächster Fehler. Und Ezekwem hat jetzt mal Platz. Ezekwem. Kotröl. Ezekwem. Ezekwem. Und genau so hat sich der Gastgeber das vorgestellt. Die Mannschaft kommt mit Energie aus der Kabine. Erobert den Ball im Gegenpressing. Und dann geht es ganz schnell. Und dann jubeln sie auch alle gemeinsam vor der Bank. Die Reservisten. Die Spieler auf dem Platz. Das Trainerteam zeigt auch nochmal, diese Mannschaft ist geschlossen. Offen dagegen hier die Hintermannschaft von Wiedenbrück. Da kriegt Ezekwem einmal viel zu viel Platz. Ungeordnet auf der Abseitskante. Und dann macht er das Ganze überlegt. Und bringt seine Farben wieder in Führung. Nächstes Foul von Friesen, der da gar nicht guckt, wo sein Gegenspieler ist. Und das war dann ein Foul zu viel. Und damit ist der Arbeitstag von Benjamin Friesen deutlich kürzer ausgefallen, als er das geplant hatte. Gelb-rote Karte. Wo man auch der klare Favorit ist. Erst in Fellbad. Und dann eben das Nachholspiel in Mönchengladbach. Aber Wiedenbrück kommt nochmal zum Abschluss. Und dreht alles, was wir gesehen haben, um. Wieder ein spätes Tor. Wieder ein später Ausgleich. Der SC Wiedenbrück erzielt das 2 zu 2. Der Ball rutscht durch. Und irgendwie hat da keiner... Den letzten Wiedenbrücker auf der Rechnung. Muss jetzt selbst nochmal schauen, wer es war. Aber ich glaube, es war der eingewechselte Davutouma. Der da irgendwie alleingelassen wird. Und dann 2 Kontakte braucht. Und den Ball in die kurze Ecke knallt. Kann der RwO das nochmal umbiegen? Viele Körper im Strafraum. Manni Rutskis. Aber den Eckball gibt es auch nicht mehr. Stattdessen beendet Jörg Schiefer die Partie. Wie funktioniert denn das Ganze nochmal? Meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.